Ich, Albrecht Zeissler, der Erfinder des Aquanovo-Boots, behaupte, dass wir diesen Skischuh hier nicht kaputt kriegen können. Ich krieg diesen Schuh nicht kaputt. Was hast du denn jetzt vor? Er hat überhaupt nix. Nein, da ist gar nichts dran. Dann müssen wir mal mit irgendwas richtigem Schwere fahren. Noch schwerer fahren. Dann müssen wir mit dem Auto rüberfahren. Mit dem Office rüberfahren. Okay, wir haben gewonnen. Nehmen wir schief.